32 Talk im Kiez hier in Hüttenstadt in der schönen Inselgastätte und das Thema ist Fußball, Tradition stirbt nie. Der Eisebücher FC, früher BSG Stahl. Viele von den Aktiven sind heute zum ehemaligen Treffen hier. Sie treffen sich einmal im Monat und sprechen über alte Geschichten und darum geht es auch in unserer Talkrunde. Harry Rath ist mein Gast, die Barz-Brüder, Volkmar, Prager. Wir werden alle analysieren und die Geschichte des EFC Stahl aus Hüttenstadt. Bis dahin, tschüss!